Zuerst das Volk und dann der Kanzler. So wie es im Artikel 1 unserer Bundesverfassung drinnen steht, das Recht geht vom Volk aus. Das, was wir machen, ist, wir nehmen die Macht aus den Händen derer, die es nicht gut gemeint haben, und geben sie in eure Hände zurück. Und eure Hände werden dann dafür sorgen, mit unserer Hilfe, dass dieses Land in eine gute Zukunft geht. Fünf gute Jahre am 29. September. FBE.